willkommen zu einem neuen video von basement 45 heute wollen wir uns einem ganz besonderen lautsprecher widmen aber nur mit einem ersten teil und zwar nur was zahlen daten fakten angeht ein ausführlicher klangbericht wird folgen dazu brauche ich aber noch ein bisschen zeit noch ein bisschen viel zeit die gute corinium hat jetzt circa erst neun stunden auf dem tacho ich muss einfach mehr hören derzeit ist nicht so viel zeit übrig und ich will euch das wirklich anständig vermitteln also muss ich noch länger länger hören circa 30 40 50 stunden eventuell und paar verstärker tauschen ich habe jetzt den t und a an der corinium angeklemmt und es ist schon wieder was ganz anderes also von klangbeschreibung hier noch keine spur wir schauen uns diesen wirklich fantastischen lautsprecher aber jetzt mal in ruhe an ich nenne euch einfach paar zahlen paar daten paar fakten von der akustik energy seite denn das ist so das oberste regal von akustik energy derzeit eine komplett neue entwicklung komplett neue treiber von oben bis unten ein neues gehäuse ein extrem gut versteiftes und dickes gehäuse innen drin also wir haben hier wirklich einiges zu schauen und einiges zu entdecken und das ist natürlich für diesen preis wir sprechen hier von 7000 euro das pärchen allemal der rede wert wir reden hier von einer high end nonchalance wie ich es finde denn dieser preis ist durchaus an das statement auch wenn 7000 euro extrem viel geld sind aber ihr werdet es gleich sehen und vielleicht auch hinter mir schon so ein bisschen da ist wirklich einiges dahinter und die box hat einiges zu bieten aber lasst uns erst mal so ein bisschen auf die box schauen und darüber reden fangen wir einfach mal oben an wir haben hier eine 29 mm kalotte soft dome tetoron auch da eine neue entwicklung von akustik energy die mit der bisherigen materialwahl kevlar oder carbon faser nicht zufrieden war in verbindung mit der entwicklung von diesem lautsprecher das war einfach nicht gut genug für sie nicht luftig genug und die haben diesen neuen treiber entwickelt die genauen infos und die genaueren daten und wie sich das ganze zusammen stellt und zusammenbaut guck doch einfach bitte auf akustik energy ich bin da kein fachmann aber so die paar sachen kriege ich noch hin dann haben wir einen neu entwickelten 120 mm mitteltöner aus der carbon faser auch hier komplett neu designt und neu entwickelt genauso wie 240 mm tieftöner auch aus carbon faser auch hier eine komplett neue entwicklung das ganze hat einen wirkungsgrad von 92 dezibel gemessen bei 2,83 volt auf ein meter somit ist die nicht allzu schwierig anzutreiben die corinium allzu schwach sollte der verstärker allerdings hier nicht sein ich habe jetzt mit dem musical fidelity einzelne zeit lang gehört und jetzt vor kurzem auf den t plus a umgeschwenkt weil es mir da einfach besser gefällt und bei höheren lautstärken kommt der t und a einfach besser zurecht mit der corinium beim musical fidelity hat das ganze wunderbar geklappt beim leise hören ich bin ein nachthörer also das war jetzt wirklich kein thema sollte es aber am tag mal ein bisschen lauter sondern ein bisschen rockiger und wir reden lauter von 90 db ist einfach da habe ich das gefühl die puste weg gewesen und deswegen zum rest zu der rest einspielzeit komme ich mit dem t und a das ganze ist ein drei wege system wir haben hier ein komplett neu entwickeltes gerundetes gehäuse aus mdf das besondere dabei und unter der oberplatte und hinter der frontplatte befinden sich 25 mm mdf platten nochmal und aufgesetzt auf das ganze ist eine 6 mm aluminium front bei der teilweise einzeln die chassis verschraubt sind so wie ich raus gelesen habe ist das hochton chassis nur komplett mit der alufront verschraubt alles andere dann mit dem mdf hier kommen wir auch zum einen der kritikpunkte von mir ich finde das hätte man ein bisschen schöner machen können ganz ehrlich ist sichtbare schrauben heutzutage 2024 finde ich unnötig würde sicherlich anders gehen es hat garantiert einen sinn und einen zweck den ich nicht verstehe ich rede nur optisch und da da sind sichtbare schrauben heute naja ich weiß nicht ob so sein muss kann man natürlich mit der abdeckung verdecken ich habe sie so ganz gerne man sieht es dann im dunkeln sowieso nicht denn die sind ton in ton mit der alufront platte und dann sind wir auch gleich beim zweiten kritikpunkt das wunderschöne furnier das holz furnier was ich so aus den ganzen werbeblättchen kenne und von den ganzen bildern was ich mir bestellt habe zum test weil es ebenso wunderbar schön aussieht und so hell aussieht so sieht es in wirklichkeit bei zumindest bei meinem pärchen gar nicht aus denn es sieht aus wie eiche rustikal aus den 70ern von meinen eltern gefühlt da war ich ein bisschen enttäuscht denn die ganzen bilder mit diesem tektonia holz tektonia heißt es glaube ich sind doch sehr hell abgestimmt und das wird sehr hell wiedergegeben und ich dachte das wäre deutlich helleres holz und das würde hier traumhaft reinpassen dem ist leider nicht so also da ein tipp von mir das holz wirklich erst mal live angucken bevor es bestellt es hat mit den bildern im internet mit der farbgebung zumindest da wenig zu tun die ganzen neuen entwicklungen der treiber alles komplett aus kohlefaser bis auf diese soft dome tetoron kalotte im hochton sollen für mehr steifigkeit mehr dämpfung sorgen beim bass und das fällt auch ein bisschen auf so ein kleines bisschen klang beschreibung es ist wirklich diese geschmeidigkeit slam sehr viel weniger gewicht und trotzdem tiefer bass und dennoch wird das ganze locker und leicht wiedergegeben das ist extrem schwierig zu beschreiben aber das wollte akustik energy hier erreichen und es ist hier meiner meinung nach absolut gelungen ja das ganze ist extrem dynamisch extrem life haftig das ganze high endig es wird nicht alles so vorgetragen sondern es ist eine gewisse nonchalance da und es macht einfach spaß dem zuzuhören aber mehr dann wenn er hier wirklich eingespielt ist und nicht wirklich konkret was dazu sagen kann ansonsten haben wir hier 110 cm inklusive spikes wir haben 235 mm breite 385 mm tiefe das ganze ist sehr sehr tief für meine verhältnisse für dieses wohnzimmer es ist abgerundet es läuft hinten zu es sieht nicht ganz so wuchtig aus aber im vergleich zu der 509 die hier sonst steht ist dieser lautsprecher einfach schon eine ganz andere nummer und wirkt sehr viel massiver im wohnzimmer wenn man sich daran gewöhnt hat geht das aber wenn man so eine zierliche standbox gewohnt ist das ist schon hier ein richtiger brummer mit 34 kilo das stück ohne verpackung 40 mit verpackung da könnt ihr euch vorstellen wie die geliefert werden die kam auf palette hier an mein nachbar hat kurz angerufen sagt mensch später hier ist ein päckchen für dich ich gehe rüber da hat die garage aufgemacht und da war das paket die palette mit den corinium lautsprechern also da ist wirklich ein fantastischer lautsprecher aber ja es ist doch schon massiv was ihr vielleicht gemerkt habt hier das ganze ist nach hinten geneigt um ganze vier grad ist der lautsprecher nach hinten gekippt einfach nur um die geschwindigkeit der einzelnen chassis korrekt wieder zu geben quasi das zeitliche verhalten wird hiermit verbessert so hat sich das akustik energy gedacht ob es was bringt ob was weniger gebracht wenn es gerade ist ich weiß es nicht ich höre die so wie die sind und so werden die aufgestellt so sind jetzt momentan zumindest die daten die fakten wie gesagt seit ich habe die uhr mitlaufen etwas über neun stunden haben die jetzt auf dem tacho ich habe einen riesen spaß mit dem lautsprecher das muss man sagen es ist was besonderes es ist sehr sehr hochwertig verarbeitet die zwei mankos das ist aber persönlicher geschmacksache ansonsten die verarbeitung ist ohne fehl und tadel das furnier bis auf die optik ist einfach perfekt verarbeitet die rundungen die anschluss terminals sind single wire anschluss terminal akustik energy macht nichts mit b wiring ansonsten diese abdeckung auch natürlich magnetisch diese sechs millimeter starke alufrontplatte ist schon wirklich bündig quasi aufgesetzt auf den lautsprecher dahinter noch mal mit 25 millimeter mdf oben auch also wenn man dagegen klopft hört man einfach nichts es ist fast schon tot und so muss ein lautsprecher ja eigentlich sein das war es auch schon zu der corinium paar zahlen paar daten paar fakten paar schöne bilder von der corinium mit was ich mit was ich höre wie das aufgestellt ist das habt ihr gesehen in meinem zimmer wie ich jeden review jedes video jeden test hier mache an gleicher position die lautsprecher stehen sogar noch ein bisschen weiter hinter circa sechs sieben zentimeter hinter der position der 509 wo die sonne spielen also es wird hier überhaupt nichts aufgedickt aber es macht tierisch spaß und mal schauen wie sich das ganze entwickelt denn die klangcharakteristik hat sich jetzt schon mal ein bisschen gedreht der bass ist voluminöser geworden gleichzeitig fester und ein bisschen straffer also ich glaube ich kann noch wenn ich so einzelne songs hier höre und vergleiche wo mir so ein bisschen was an andellen im klang entstehen dann weiß ich da kann sich noch was tun gerade in den mitten und in den höhen fehlt hier und da noch ein bisschen also die braucht noch ein bisschen zeit die gebe ich der guten corinium auch und ich bin sehr gespannt wie das am ende hier ausgeht und vor allen dingen ob die 509 da bleibt die bleibt sowieso aber auch im wohnzimmer die akustik energy corinium stehen bleibt wobei von der größe her schauen wir mal aber freunde ganz schnell war es ja so nicht aber ihr habt jetzt zumindest diesen fantastischen lautsprecher gesehen ihr habt so ein paar einzelheiten klickt doch mal bitte auf die internetseite von akustik energy da habt ihr ganz genau beschrieben wie wo was warum alles entwickelt wurde wo der name her kommt es ist wirklich alles neu gemacht worden mit einem ganz bestimmten ziel und ob sie das erreicht hat das sehen wir demnächst das kann noch paar wochen dauern aber ich bin da dran und dann gibt es eine ausführliche klangbeschreibung also vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten video bis dahin macht's gut